Ich grüße euch und heute reden wir noch mal über das BIOS von der RX 5600 XT, also über das neue BIOS. Allgemein haben wir ja auch die Angst, da muss man BIOS flashen und was passiert da und ist das schwierig. Ich zeige euch mal, wie das geht, ohne dass man es flasht, es ist nämlich nichts anderes. Ja, wir haben ja das More Power Tool und genau damit, nämlich über diese Soft Power Play Tables in der Registry, lässt sich exakt das gleiche machen, als würde ich das BIOS flashen, nur muss ich es nicht physikalisch flashen und meine Karte geht nicht kaputt. Wenn es mir nicht passt, habe ich mit einem Knopfdruck diese Settings auch wieder runter und ich kann mein altes wieder verwenden. Und noch was, warum ich so BIOS upgrade, das ist ja eigentlich gar keins, weil im Endeffekt hat uns ja AMD keine Leistung geschenkt. Sie hat sie nur, nämlich das, was ich hier als Übertaktungsspielraum noch habe, fest in das BIOS reingepackt und quasi ab Werk schon geliefert. Man nimmt mir also die Arbeit ab. Im Endeffekt fünf Minuten, die ich hier noch ansetzen muss, damit ich diese Karte genau aufs gleiche Level kriege. Es ist aber definitiv kein anderes BIOS, weil die maximalen Taktvergaben von 1820 MHz, die stehen im Treiber festgetackert, da kann ich nichts machen. Die habe ich mit der alten Karte, die habe ich auch mit der neuen Karte. Wenn ich das More Power Tool nehme oder in Beta BIOS, dann kann man da drin rumeditieren und man schreibt sich das und man denkt, ey, jetzt kriege ich ja plötzlich, was weiß ich, 200 Watt Power Limit und ich kann da drin, kann ich nicht, weil sobald ich auch nur 1 MHz beim Takt in der Vorgabe oben drüber gehe, macht der Treiber zu und ich lande bei 300 MHz Takt. Das war's. Es ist also schon Abtreiber restriktiv limitiert. Und da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt die Originalkarte nehme und im More Power Tool irgendwas mache oder ob ich das neue BIOS draufspiele und dann in den Wattmann gehe oder meinetwegen in den Afterburner. Ich lande in allen Fällen an derselben Stelle. Das mal dazu. Und das heutige Video soll euch zeigen, wie man ohne BIOS flash, ohne dass man hier auf dieser Karte physikalisch flashen muss, mit unserem kleinen More Power Tool genau das gleiche erreicht, als würde man flashen und würde man die Karte vielleicht auch riskieren, dass sie kaputt geht. Das können wir nämlich alles auch wunderschön selbst machen. Dafür heute das kleine Tutorial. Und das Problem ist, wenn ich dieses neue BIOS drauf habe und das ist mir mit drei von fünf Karten nämlich passiert, dann sind sie auch instabil. Also der RAM, obwohl überall 14 Gigabit pro Sekunde RAM verbaut ist, zeigt unter voller Last, wenn das so richtig schön zugeballert wird, ich sage bloß Youngblatt, Wolfenstein 2, ja Kinder, da geht nichts mehr. Dann irgendwann fängt es an zerflackern, mit ein bisschen Pech kriegt man dann noch ein Bluescreen oder es freest. Da geht auch nichts mehr, kann man bloß noch Reset drücken, wenn man den Reset-Knopf hat. Das war's. So. Wie man das noch korrigiert und wie man es stabil kriegt, das zeige ich euch auch. Da habe ich kleine Bildschirm-Videos gemacht, die werde ich jetzt im Folgenden einfach abspielen, kurz kommentieren. Es ist der Selbsterklären. Schritt für Schritt, wie nutze ich das More Power Tool, um A, erstmal das neue BIOS reinzukriegen und dann B, wie kriege ich es ein bisschen stabiler und C, wie schnell ist es denn hinterher noch, nachdem ich das alles gemacht habe. Und wenn ich euch die Videos gezeigt habe, dann können wir uns hinterher noch gemeinsam die Zusammenfassung angucken, denn ein kleines Nachwort habe ich dann doch noch. Dann schauen wir doch mal. Das ist jetzt noch die Bestandsaufnahme. Wir haben also hier das alte BIOS drauf mit den 1.460 MHz und diesen 1.500 MHz für den RAM. Und dann lassen wir mal den Witcher 3 laufen. Das ist unser Freund hier, unser kleiner Hexenmeister. Der läuft also im Full HD alle Settings auf maximal. Ja, dann darf er so ein bisschen schwitzen und wir landen bei 89 frames pro Sekunde im Durchschnitt. Deswegen habe ich ihn auch nicht groß bewegt, damit wir hier eine einheitliche Zahl bekommen. Das machen wir mal wieder aus. Und jetzt schauen wir uns an, wie kann ich jetzt mit dem More Power Tool ganz simpel übertakten. Ich starte das Teil erstmal und dann wähle ich hier oben in dieser kleinen Kombobox die passende Grafikkarte aus. Wer normalerweise bloß eine drin hat, sieht auch eine. So, nachdem man es ausgewählt hat, sind dann durch die Felder alle ausgegraut und ich muss jetzt was laden. Und da lade ich ganz normal entweder das neue BIOS ein oder meinetwegen sogar das alte BIOS. Dann kann ich mir die Values ja auch selber eintragen. Ich muss nur halt erstmal irgendwas auslesen und reintun. So, an dieser Stelle kann ich jetzt mir das aussuchen und wenn ich clever bin, man kann ja auch mal ein BIOS von einer Mitbewerberkarte reintun. Das geht natürlich auch. Allerdings musste man, sollte man vorher hier mal hinten in diesem Reiter unter den Lüfterkurven, also Fan, mal schauen, was dort an Settings drin ist, dass man sich das mal abkopiert und merkt. Und wenn man das fremde BIOS eingelesen hat, sich dann diese Sachen wieder überschreibt. Nicht, dass dann plötzlich die Lüfter Arme klafen oder es nicht mehr richtig kühlt. So, nachdem ich das gelesen habe, das neue BIOS, gehen wir hier einfach mal da oben rein, schauen wir uns das mal an. Der maximale GPU-Takt. Und da sind wir bei 1820 MHz, die habe ich schon kurz erwähnt. Das ist nämlich die Leistungsgrenze, die ich hier nicht überschreiten darf, damit es auch nicht durch den Treiber limitiert wird. Und was haben wir sonst noch? Ja, maximale TGP, also das ist das, was an die GPU gehen darf. Das hat man hier bei 150 Watt festgetackert. Die TDC, also die Stromstärke auch bei 150. Das ist also das, was man diesen neuen BIOS mit auf den Weg gegeben hat. Es gibt auch Hersteller, die haben jetzt 160 Watt, zum Beispiel MSI für die Gaming-Z oder dann haben wir was weiß ich. Auch teilweise Karten mit bis zu 180 Watt. Das bringt uns überhaupt nichts. Das kann man zwar einstellen, letztendlich wird es aber bei 150 abgekattet. Also im Mittel komme ich da definitiv nicht drüber. Dann haben wir hier die Vorgabe für den GPU-Takt. Das ist dann auch zum Beispiel im Wattmann der Slider, wo der also gerade steht innerhalb dieser ganzen Positionierung, beziehungsweise da im Afterburner, wie weit rechts dieser kleine Schilberegler steht. Das kann ich ja auch noch eingeben. Und da unten sehe ich auch Memory, der letzte State, DPM3. Da gebe ich halt immer diese 875 MHz ein. Es sei denn, mein neues BIOS hat die schon mitgebracht. Dann lande ich auch bei den 14 Gigabit pro Sekunde. Also restriktiver 1750 MHz Speichertakt. Das ist ja und wer das neue BIOS nimmt, der muss diesen ganzen Mist sich gar nicht angucken. Da geht einfach rein, einlesen, schreiben, da unten auf diesen Knopf drücken und kriegt hinterher die Bestätigung automatisch, dass das Ganze eingetragen wurde. Und dann klickt man einfach auf OK. Und wenn man das OK gedrückt hat, drückt man danach einfach auf Exit. Wichtig ist an der Stelle unbedingt jetzt den Rechner neu zu starten. Also man hat das quasi abgespeichert. Dann muss man den Rechner einmal neu booten, weil die Registry, auch diese ganzen Einträge, nur beim Systemstart ausgelesen werden. Also einmalig. Das heißt, nach dem Neubooten stehen uns diese Daten, die wir gerade geändert haben, zur Verfügung. Und das kann man ja mal validieren, indem man einfach GPU-Z aufmacht. Und wenn man GPU-Z aufmacht, guckt man rein. Also wir haben jetzt hier automatisch, ja wunderbar, schon das eingetragen, was das neue BIOS auch bietet, nämlich 1.560 MHz, also diese 100 MHz mehr. Und wir haben 1.750 MHz RAM-Takt. So, diese ominösen 14 Gigabit pro Sekunde. Das ist alles. Mehr macht dieses neue tolle BIOS nämlich auch nicht. Ich habe die auch mal binär verglichen. Also es sind wirklich bloß ein paar Änderungen drin, nämlich das genau, was wir gerade eben gemacht haben. Da schreibe ich in die Registry rein und da muss ich meinen BIOS gar nicht flashen, weil es eigentlich gar kein neues BIOS ist. Man hat nämlich hier wirklich bloß ein paar Vorgabewerte nach oben gesetzt. Mehr ist es nicht. So, wenn ich das jetzt alles hinter mir habe, kann ich natürlich auch mal gucken, was macht jetzt mein Freund der Witcher. Und der Witcher, der läuft, der steht immer noch an derselben Stelle. So, jetzt sind wir plötzlich bei bis zu 99 MHz pro Sekunde, so im Schnitt. Das sind schon mal, ne, eine ganze Ecke mehr. Das sind nämlich über 11 Prozent, die ich hier an Performance gewinne. Natürlich diese 100 MHz mehr Takt oder mehr Basistakt. Die resultieren natürlich jetzt nicht nur in diesen, ich sage es mal, über 10 Frames pro Sekunde, sondern das ist natürlich auch noch der angehobene Speicher, der natürlich für ordentlich Durchsatz sorgt. Und wenn man sich das, da kann man den Witcher natürlich auch wieder zumachen, wenn man sich das dann mal so eine Weile laufen lässt. Und ich hatte erwähnt, das könnte durchaus instabil werden. Da müsste man mit dem Speicher ein bisschen runtergehen. Und wie gesagt, diese ganzen Karten, die hier diese Probleme hatten, wo es dann freeste bei Youngblood und ich hatte auch extreme Probleme bei Lara Koft, die dann plötzlich da mittendrin in dem Benchmark kleben blieb und gar nicht mehr vorwärts gehen wollte und es wirklich freeste oder es hat geflackert wie die Hölle. Dann in diesem Moment nimmt man einfach, und das sage ich euch hier, im MorePower Tool mal ein bisschen RAM-Takt weg. Und dann reicht das eigentlich aus, wenn man es mal auf, ich sage jetzt mal 1.700 setzt. Das werden also 850 MHz hier im Tool einstellen. Dann speichert man den ganzen Spaß natürlich wieder in diese Soft Powerplay Table ab. Muss man gar nicht irgendwie groß drüber nachdenken. Macht das Programm zu, startet natürlich, Achtung, Achtung, auch diesen Rechner an dieser Stelle wieder neu. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Nachdem wir neu gestartet haben, machen wir wieder unseren Freundin Witcher auf, lassen ihn wieder an der selben Stelle da stehen und einfrieren. Schauen wir mal, es ist so ein bis zwei Frames pro Sekunde weniger. Das machen diese 50 MHz weniger Takt. Kann man aber verschmerzen, weil dieser eine Frame pro Sekunde, der ist albern. Das mag man nicht viel. Naja, das funktioniert noch. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, das ist jetzt alles stabil, weil der RAM läuft auch stabil, da kackt nichts mehr ab. Wir geben jetzt mal noch das restliche Overclocking-Potenzial auf die Karte drauf. Das kriegen wir dann auch aus. Also ich kann jetzt 40 MHz mehr einstellen in unserem Freund, dem Afterburner. Dann kann ich natürlich auch das Power Limit noch ein bisschen nach oben ziehen. Der Slider, der existiert ja mit diesen 20 Prozent. Wenn ich jetzt sage, ich gebe 30 Prozent rein in diesen Slider und will die einstellen, schmiert es genauso wieder ab und lande auf diesen 300 MHz, macht der Treiber dicht. Ja, und diese 20 Prozent, die man da einstellen kann, die bringt es auch nicht, weil ich komme über diese 150 Watt nicht drüber raus. Jetzt habe ich damit sich ein bisschen stabilisiert, 10 Prozent drüber gegeben. Da ist er zumindest in den Niederungen noch ein bisschen höher. Es gibt noch ein bisschen mehr Bums, aber eigentlich wirklich nicht viel. Unten die 40 MHz, naja, gut, okay, das ist jetzt nicht wirklich viel. Dann übernimmt man das und dann habe ich natürlich den Witcher nochmal laufen lassen und dann landen wir, hopp, 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 ha, 100. Das sind zwei Frames pro Sekunde mehr. Toll, ne? Also ich habe hier Power Limit versucht zu erhöhen. Ich habe da 40 MHz mehr Takt drauf geworfen und im Schnitt will der Hund dann doch nicht schneller marschieren. Es wird nicht mehr. Also ich kann mit der Karte eigentlich machen, was ich will. Ich kann sie auswählen, pressen, prügeln. Geht nichts mehr. Also diese Karte mit dem neuen BIOS ist so, ja, für das Overclock und nicht wirklich geeignet. Und ihr müsst dann noch nicht mal flashen. Also wer wirklich Angst vor dem Flash hat, Kinder, lasst es. Macht euch keine Gedanken mit diesem tollen AMD Flash Tool und dann muss man da rechts Mausklick als Administrator starten, weil es sonst Probleme gibt. Dann überschreibt man das BIOS. Wenn man Pay hat, schreibt man sich das kaputt. Hier kann nichts passieren. More Power Tool. Die paar Schritte einfach, die sind ja schneller erledigt, als ich euch es heute hier erzählt habe. Einfach mal machen und freuen. Geht nämlich genauso. Und wäre der Preis dieser Karte dem ursprünglichen BIOS angemessen, sagen wir mal 240, 250 Euro und ich hätte diesen tollen Übertaktungsspielraum besucht zu einer RTX 2060, dann wäre das Ding in richtiger Preis Leistungskracher gewesen. Aber mir eine werksübertaktete Karte zu verkaufen, zum vollen Preis, wo das Overclocking-Potenzial schon zu 100% ausgereizt ist und wo, wenn ich Pech habe, schon da Speicher abspackt und instabil wird, da müsste ich mir als Kunde überlegen, ob ich das wirklich kaufen möchte. Da sehe ich ein kleines Problem. Würde diese Karte wieder billiger werden und günstiger. Da könnte man auch drüber nachdenken. Zum aktuellen Zeitpunkt, ich bin da zwiegespalten und weiß ich nicht, ob ich diese Karte jemals empfehlen könnte, würde, möchte, wie auch immer. Die passt einfach auch nicht mehr an die Zeit. Diese 6 GB sind relativ wenig. Es könnte reichen für Full HD. Das Problem ist nur, für Full HD mit 299 Euro sind wir vollkommen in der falschen Liga. In dem Sinne, denkt mal drüber nach, ob es sich wirklich lohnt. Bleibt mir gewogen. Wer will, kann natürlich ein Abo dalassen und ich habe diese Anleitung nochmal unter diesem Artikel verlinkt, in Deutsch und in Englisch. Für unsere englischsprachigen Freunde auch zum Nachlesen ist eine kleine Bilderstory drin. Könnt ihr euch angucken. Habt ihr alles nochmal schwarz auf weiß. In dem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Musik 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 shrink Musik Vielen Dank.